hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu unserer flas tutorial heute geht es weiter und zwar wollen wir uns heute anschauen wie man variabel routen erstellen kann ja dazu ganz kurze recap was wir bisher gemacht haben und was routen eigentlich so sind also wir hatten hier zum einen mal natürlich die route hello das heißt wir konnten hier auf der website ich mache das ganze mal ein bisschen größer konnten wir einfach hello world ausgeben das ist diese funktion hier unten das heißt wenn wir auf slash hello gehen dann wird eben diese funktion hier aufgerufen wenn wir allerdings auf die ganz normale index seite gehen die hier dann steht da halt welcome to title page und das ist jetzt nicht wirklich irgendwas besonderes oder sowas aber ja es ist trotzdem das grundprinzip von jeder website dass man eben wenn man auf verschiedene urls geht verschiedene dinge präsentiert bekommt so und jetzt kann man natürlich hier sagen ich will aber variable dinge hier haben und das bedeutet ich kann hier sagen ich will zum beispiel hello und dann will ich den namen ausgeben und das mache ich mit dem indem ich einen parameter hier einsetze das bedeutet man kann jetzt nicht mehr auf slash hello gehen und hello world erwarten sondern man muss seinen namen dann auch noch eingeben damit man auch richtig gegrüßt wird das ist ein parameter hier steht nicht irgendwie spitze klammer name spitze klammer zu sondern da soll wirklichen name stehen und das ist nachher der parameter den wir natürlich dann auch in unserer funktion hier bekommen das bedeutet wir kriegen hier auch ein parameter in der funktion und können den dann eben hier verwenden so sieht ungefähr so aus dann das heißt ich kann hier einfach um plus machen und kann hier den namen ausgeben und ja jetzt kann ich natürlich übrigens das ding updated von selber das heißt sie müssen nicht jedes mal neu starten jetzt kann ich natürlich hier nicht mehr hergehen und zum beispiel slash hello aufrufen sondern das ist dann natürlich not found das dürfte ganz klar sein sondern ich muss hier immer den namen noch hinten dran angeben und da mache ich jetzt einfach mal world und plötzlich steht hier hello world weil ich ein leerzeichen natürlich vergessen habe ok machen wir nochmal und jetzt steht hier plötzlich wieder hello world weil ich hier eben world angegeben habe aber ich kann hier auch einfach hello und dann welt angeben also da geht jetzt wirklich einfach genau so wie ich das eben ganz gerne hätte und das ist ziemlich cool jetzt kann ich natürlich hier sagen was ich ganz gerne hätte und kann damit auch vielleicht irgendwelche berechnungen durchführen so jetzt gibt es da allerdings natürlich einige tricks die man anwenden kann zum beispiel man erwartet hier auf jeden fall einen namen namens normalerweise immer strings das bedeutet ich kann dir angeben was ich eigentlich für einen datentyp haben will damit ich zum beispiel in meiner app damit umgehen kann damit nicht irgendwie jemand was kaputt machen kann oder sowas obwohl es eigentlich gar nicht kaputt gehen sollte und das kann ich hier vorne dran machen ich kann einfach sagen mein name ist ein string und das funktioniert wunderbar jetzt kann ich nämlich hier zum beispiel das hier machen ich kann hello und dann welt angeben aber ich kann zum beispiel nicht einfach so 12 angeben und dann erwarten dass eine zahl ist so wird nämlich dann einfach diese 12 wirklich als string interpretiert ihr wisst das geht auch aber ja am string beispiel sieht man das jetzt nicht unbedingt gut vielleicht am ehesten wenn wir ein int verlangen und das ist eine ganze zahl wie ihr wahrscheinlich wisst jetzt kann ich hier hello und 12 aufrufen allerdings kann ich natürlich hier unten nicht mehr das ganze als zahl verwenden ich sage jetzt name plus 2 und wandel das ganze jetzt in string um ja das beispiel ist nicht gerade praxis relevant ist mir durchaus bewusst aber das hier ist trotzdem sehr sehr interessant das ist jetzt weil ihr hier debug gleich true angegeben habt debug gleich true bedeutet ihr bekommt sehr sehr detaillierte ausgaben was hier eigentlich schief gegangen ist und die solltet ihr wenn ihr eure website auch wirklich ausgeht soll die dringend dringend ausstellen denn anhand von diesen ausgaben hier kann ein angreifer wirklich also ein website angreifer kann wirklich sehr sehr genau sehen was eigentlich schief gegangen ist ihr erinnert euch der ganze code hier läuft eigentlich bei euch auf dem server das heißt er sollte niemals nach draußen irgendwie dringen falls ihr irgendwelche kryptographischen berechnungen oder sowas habt und vielleicht euren secret key da drin verwendet was natürlich vorkommen kann aber wenn ihr den debug modus auf habt dann passiert halt sowas hier auch was schief geht da wird euch dann der komplette code angezeigt teilweise und hier steht dann dabei okay das ist also schief gegangen easy hier sind sogar die kommentare drin und da kann man dann auch wirklich genau auslesen was eigentlich schief gegangen ist also das ist wirklich der tod für die sicherheit eurer webseite wenn ihr das später immer noch an habt wenn ihr eure website auch wirklich ausgibt macht hier definitiv debug gleich false rein wenn ihr irgendwann mal eure website ausliefert dann werden die ganzen nachrichten nicht angezeigt so ist natürlich zum entwickeln super gut aber für alles andere nicht so gut das war eine kleine ausholung sag ich jetzt mal so dazu aber trotzdem sehr sehr wichtig und jetzt kann ich hier natürlich ich habe jetzt hier ein string draus gemacht ihr erinnert euch wir haben hier einen integer verlangt das heißt name ist auch ein integer und wir können jetzt hier diesen namen plus zwei zum beispiel rechnen und bekommen wir dann natürlich namen plus zwei als string wieder ausgegeben das heißt hier steht jetzt eigentlich 14 obwohl wir hier 12 haben also wir können auch wirklich mathematische operationen machen nämlich hier zum beispiel einfach sagen okay das ist eine ganzzahl oder das ist ein float das geht natürlich auch da kann ich dann sowas hier auch machen funktioniert dann trotzdem nicht richtig ja warum funktioniert jetzt das hier nicht das ist doch eigentlich auch gleichzeitig eine fließkommazahl nein ist es nicht wenn ihr eine fließkommazahl anfordert dann muss ja auch immer irgendwo ein punkt sein da muss irgendwas hinten dran stehen also zum beispiel 12,0 und dann kriege ich natürlich hier auch 14,0 wieder raus das bedeutet ja wenn ich ein float anfrage dann erwartet ihr auch wirklich einen float und nicht irgendwie eine ganzzahl also da vorsichtig sein mit was ihr hier verlangt achtet auch darauf dass floats nicht immer so genau sind das solltet ihr ja aber eigentlich wissen okay cool und ja was hier auch noch ziemlich cool ist ist die parv variante das heißt ihr könnt ja auch einen pfad verlangen so warum ist das jetzt irgendwie besonders cool naja ich zeige es euch einfach mal ganz kurz wir können hier irgendwas machen hello slash world slash fu 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 natürlich mit doppel o geschrieben bar und bats so das ist natürlich jetzt eine sehr sehr lange url und die würden wir ähm die wollen wir theoretisch so nicht alles als extra funktion machen was wir stattdessen machen können ups ja da sehen wir wieder mal ich habe was falsch gemacht ich habe hier versucht einen pfad in einen string umzuwandeln was natürlich nicht wirklich sinnvoll ist hier in dem fall beziehungsweise ich habe versucht auf dem pfad 2 drauf zu addieren ähm genau also was das jetzt hier genau macht ist natürlich ihr bekommt hier einen vollständigen pfad rein und diesen pfad könnt ihr jetzt hier drin wenn ihr wollt noch weiter verwenden das heißt egal wie viel hier hinten dran kommt wenn ich jetzt hier auf diese seite gehe dann bekomme ich den kompletten pfad nach hello weil ich ja auf hello sowieso schon gematcht habe also das hier vorne war bis hello und alles was hinten dran steht geht in meine variable name rein und das ist ziemlich cool weil ja jetzt kann ich natürlich hier innen drin vielleicht mit allen separaten dingen von meiner variable was machen zum beispiel könnte jetzt hier erstmal der name stehen also world könnte der name sein dann könnte irgendwelche andere variable kommen dann könnte noch mal eine variable kommen und so weiter und so fort also ihr wisst glaube ich was ich meine da kann man sehr sehr viel damit dann machen ok und ja das war es erstmal zu variablen routen und ich hoffe ihr könnt damit auch was anfangen einfach mal ein bisschen rumprobieren und ja im normalfall ist das natürlich auch die grundlage für eure applikation gut das war's von meiner seite wir hören uns bis dann ciao